Dieses Tutorial zeigt, wie man in Office 365 CSV-Dateien in Excel importiert. Wir gehen dazu zunächst in den Reiter Daten und dann oben links auf Aus Text-CSV. Dann öffnet sich ein kleines Explorer-Fenster und hier navigiert man zu dem Ort, wo entsprechend die Datei hinterlegt ist. Das heißt hier, ich habe das schon mal vorbereitet, Daten, das ist vom Typ Excel-CSV-Datei. Kann man direkt auf Importieren gehen. Wichtig, jetzt geht ein kleines Dialogfeld auf. Bevor man hier direkt auf Laden geht, sollte man nochmal ein paar Dinge vorher prüfen. Nämlich zum ersten, ob das Trennzeichen richtig ausgewählt ist. Also Komma, Semikolon und so weiter. Typischerweise wird Excel das schon richtig erkennen. Falls es doch mal nicht dazu kommen sollte, wählt man hier statt Datentyp-Erkennung auf den ersten 200 Zeilen das gesamte Dataset aus. Das hat auch den Vorteil, und das möchte ich gleich zeigen, dass man hier ganz am Ende sieht, ob man dann zum Beispiel Leerzeilen hat. Beziehungsweise Zeilen, die zwar hier eine laufende Nummer haben, aber keine Werte haben. Als zweites, und das finde ich eben sehr hilfreich ist, man kann hier in der Vorschau auch nochmal schauen, ob gewisse Variablen eben falsch formatiert sind. Das heißt, der Geburtstag hier zum Beispiel, da fehlt der Punkt zwischen Monat und Jahr. Und das muss man natürlich noch ändern. Und bevor man jetzt hier auf Laden klickt und das manuell ändert, kann man das natürlich auch im sogenannten Power Query Editor ändern. Dazu geht man einfach auf Daten transformieren. Dann öffnet sich dieser Power Query Editor. Sieht ein bisschen rudimentär aus, hilft einem aber sehr gut dabei. Man kann zunächst neben jeder Variable erkennen, von welchem Typ die ist. Also hier sehen wir 1, 2, 3. Das ist vom Typ ganze Zahl. Hat man eine Dezimalzahl, sieht das so aus, dass hier eben 1.2, also 1,2 stehen würde. Und wir haben ja eben gesagt, wir wollen uns mal kurz um das Geburtsdatum kümmern. Das heißt, hier sehen wir auch, da ist ausgewählt, dass es eine ganze Zahl ist. Wir wollen aber ein Datum haben. Das können wir direkt auswählen und beantworten die Frage hier mit aktuelle ersetzen. Und dann sehen wir, dass jetzt hier die Punkte entsprechend erscheinen. Ich hatte eben noch gesagt, dass wir ganz am Ende leere Zeilen hatten, beziehungsweise Zeilen, die hier keine Werte haben. Und die kann man natürlich entfernen. Dazu, hier oben im Reiter Start, kann man auf Zeilen entfernen gehen. Und zwar kann man da eben auswählen, die ersten x-Zeilen entfernen, die untersten x-Zeilen entfernen oder leere Zeilen entfernen. Ich habe jetzt hier keine leeren Zeilen, weil die laufende Nummer als Variable ja nicht leer ist. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, die unteren Zeilen entfernen und dann entsprechend angeben, wie viele Zeilen. Das betrifft in meinem Falle drei. Das heißt, das kann ich jetzt einfach eintippen und OK auswählen. Und dann sehe ich, dass ich ganz am Ende jetzt eben keine weiteren Zeilen mehr habe. Sollte ich mal eine Änderung, die ich eben gemacht habe, rückgängig machen wollen, dann geht das nicht wie standardmäßig in Excel hier über diesen Pfeil zurück, sondern man kann die jeweilige Aktion hier direkt mit dem Klick auf das Kreuz rückgängig machen. Hat man nun alle gewünschten Änderungen vorgenommen, kann man schließlich auf Schließen und Laden klicken und das Ganze dann entsprechend in die Excel-Datei laden lassen. Das Ganze wird gleichzeitig auch als Tabelle formatiert. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier auch direkt mit Filterfunktionen arbeiten kann. Und die Tabelle ist natürlich auch entsprechend beliebig erweiterbar. Das sieht man hier unten in dieser kleinen grünen Markierung. Dieses Dreieck kann man entsprechend dann nach unten ziehen und das Ganze erweitern.